herzlich willkommen heute war ich im schloss hotel in kassel dort haben einige künstler ausgestellt und das möchte ich euch jetzt präsentieren ich sag jetzt schon mal danke fürs zuschauen und ich wünsche euch allen eine schöne neue woche herzliche grüße die doris ja das ist gut ja das ist gut ja 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 ja